Und jetzt, Herrschaften, der ultimative Wettbewerb! Ja, wunderbar! Ich freue mich! Ich habe meinen Lieblingsstaubsauger dabei mit 1000 Watt! Das wird dir nicht helfen! Bist du bereit? Ich bin bereit! Okay! 3, 2, 1, los geht's! Zuerst fließen! Ich würde gewinnen! Du bist ja sehr sicher! Fließen erledigt! Und jetzt weiter zu Parkettboden! Absolutes Kinderspiel! Jetzt das nächste! Haha! Das geht auch super! Alles okay, Ricky? Alles ballettig! Perfekt! Und ich bin schon wieder weiter! Moment, was ist jetzt los? Probleme, Ricky? Ich muss jetzt meine Düse umschalten! Was du alles umschalten musst, Ricky? Also ich bin gleich durch! Jeder Bodenbelag problemlos! Zyklion schnell erledigt! Die ganze Bahn fasertief rein! Und ich bin fertig! Ja, super! Jetzt mit nur einem Handgrip wird unser Bodenstaubsauger wieder zum Handstaubsauger! Wir nehmen den Tragegurt, der ist mit dabei! Und klinke einfach die Bajonettverschlüsse ein! Fertig ist mein tragbarer Handstaubsauger! Siehst du das, Ricky? Ja! Jetzt Flexischlauch, Universalbürste drauf und jetzt können wir frei beweglich das ganze Haus sauber machen! Und während der Ricky mit seinem lieben Staubsauger weiterspielt, zeige ich Ihnen meine zytionsschnelle Fensterreinigung! Fensterbrett, Heizungsrohre, kein Problem! Der Schmutz wird aus allen Ritzen entfernt! Und jetzt machen wir gleich weiter mit unseren Vorhängen! Jetzt ist das Kabel zu kurz! Naja, Staubsaugen ist nicht für jeden einfach, Ricky! Danke, Peter! Gern geschehen! So, empfindliche Gardinen können Sie genauso leicht absaugen! Problemlos! Stückdose! Powerwerk Zyklon ist auch ideal zum Zyklonstellen Möbel abstauen! Stückdose! Na, du mit einem Minikabel! Ich habe ein 5-Meter-Kabel! Und damit komme ich überall hin! Sogar über die Treppen hinauf! Na, prima! Überhaupt kein Problem! Ich gebe auf! Siehst du das? Und der Peter mit seinem Powerwerk Zyklon, der saugt und saugt! Er hat ja auch ein 5-Meter-Langes-Kabel! Und so einfach kannst du Treppen saugen! Ich gebe zu, das ist praktisch! Siehst du? Und genau das nenne ich flexible Reinigung! Einfach, schnell und gründlich! Weil wir völlig frei beweglich sind, Ricky! Ist ja super! Ich bin aber noch nicht fertig! Ich bin schon längst fertig! Nämlich mit dem da! Jetzt Polstertüse drauf und schau dir das an, Ricky! Hey, Strich für Strich! Perfekt sauber! Mit Zyklon-Saugkraft! Alles fasertief sauber! Das ist gut! Jetzt, Ricky, nehmen wir den Tragegurt wieder weg! Das Ganze dann einklinken und schon haben wir einen super starken Bodenstaubsauger! Und siehst du, wenn schmutz da der Boden, der ist gleich wieder weg! Einfach mit Powerwerk Zyklon drüber saugen und Problem erledigt! Tja, das war's! Ich kann nur eins dazu sagen! Dieser Powerwerk Zyklon ist ein wirklich tolles Reinigungssystem! Du hast gesehen, was dieser tolle Powerwerk Zyklon alles kann! Jetzt hab ich noch etwas für dich vorbereitet! Ui! Diese Kugel hier, Ricky! Um die unglaubliche Kraft des Zyklons dir zweifelsfrei beweisen zu können, haben wir unseren Powerwerk Zyklon an einem mit Ketten gesicherten Industrie-Saugnapf montiert! Und jetzt steig mal ein, Ricky! Ich soll jetzt da einsteigen? Selbstverständlich, Ricky! Setz dich da einfach rein! Das kann doch nicht dein Ernst sein! Na, boah und wie, Ricky! Rein mit dir! Abmarsch! Okay, Ricky, setz dich rein! Jetzt Powerwerk Zyklon! Yo! Nur noch Luftschlauch anschließen! Okay! Okay, perfekt! Powerwerk Zyklon einschalten! Und jetzt wird's ernst! Okay, Ricky! Die Kraft des Powerwerk Zyklon wird dich jetzt hochziehen! Rauf mit dir! Hey! Das ist unglaublich! Ist das ein Wahnsinn? Das ist ein Wahnsinn! Das ist echter Power! Und jetzt, Ricky, schalte aus! Eins, zwei, drei! Ja! Na, was sagst du, Ricky? Das ist super! Na, hab ich dir zu viel versprochen? Das ist die Power von Powerwerk Zyklon! Hey! So, meine Damen und Herren, Sie haben es selbst gesehen und Sie sind sicherlich genauso begeistert wie ich. Aber jetzt wollen wir alle wissen, was wir von Peter de Will endlich erhalten. Sie bekommen von mir den Powerwerk Zyklon komplett mit Motorblock, 5 Meter langem Kabel, antistatischem Edelstahlfilter, HEPA-Feinstaubfilter, Trägerplatte und Glasitzschmutzbehälter. Mit dabei die Powerwerk Zyklon-Boden-Leichtlaufdüse mit sechs Luftansaugkanälen, integrierten Fadenaufnehmer und rotierendem Düsengelenk. Plus, fantastische Touch-and-Release-Funktion und Teleskopschild für leichteres Verstauen. Das alles um nur sensationelle 59,90 Euro. Wow! Und dazu bekommen Sie gratis das komplette Handstabsauger-Zubehör, Fugendüse, Bolsterbürste und 360 Grad drehbare Universalbürste mit Tragegurt und Flexi-Schlauch. Damit sind Sie voll beweglich und erreichen die entlegensten Stellen komplett mit Anleitung. Und Sie zahlen immer noch nur 59,90 Euro. Wenn Sie jetzt gleich anrufen und sofort bestehen, bekommen Sie einen zweiten Powerwerk Zyklon. Gratis dazu. Als Geschenk für Familie und Bekannte. Powerwerk Zyklon. Einen zahlen. Ein zweiter gratis. Sie haben es gehört. Dieses überkomplette Powerwerk Zyklon-Reinigungssystem ist die ideale Kombination zwischen einem kompakten, saugstarken Bodenstaubsauger. Richtig. Und einem praktischen, überall einsetzbaren Handstaubsauger. Und dieses tolle System bekommen Sie nur bei uns, bei WS Teleshop und um nur einmalige 59,90 Euro. Wenn Sie jetzt gleich anrufen und sofort bestehen, bekommen Sie einen zweiten Powerwerk Zyklon. Gratis dazu. Als Geschenk für Familie und Bekannte. Powerwerk Zyklon. Einen zahlen. Ein zweiter gratis. Fragen Sie auch unsere Telefonberater nach dem tollen Lint-Remover. Der superschnelle Fustl-Roll-On. Lint-Remover entfernt sofort lästigen Kleidungsstaub, Haarschuppen, Hundehaare, Katzenhaare und noch vieles mehr. Alles im Nu weg. Mit Wasser abspülen genügt und Lint-Remover ist bereit für den nächsten Einsatz. Vergessen Sie große, unhandliche Staubsauger. Plagen Sie sich nicht mehr bei der Reinigung Ihres Heimes und sparen Sie sich das Geld unhygienischer Staubsäcke. Wir präsentieren Powerwerk Zyklon, der superkompakte Boden- und Handstaubsauger mit sensationeller Zyklon-Saugkraft. So unglaublich stark, dass er sogar diese Blechdosen problemlos zerquetschen kann. Teleskopstilhöhe einstellen, einschalten und im Nu ist jeder Teppich schnell, schonend und fasertief sauber. Das Geheimnis? Luftwirbelte Zyklon-Technologie kombiniert mit einer Vollgelenkbodendüse mit sechs Luftansaugkanälen. Viele Staubsauger werben oft mit der Watternzahl, aber Saugwirkung ist nicht eine Frage des Motors, sondern des Vakuums. Powerwerk Zyklon bietet optimales Vakuum mit nur sparsamen 600 Watt. Das macht Powerwerk Zyklon zum verlässlichen Bodenstaubsauger für eine gründliche Reinigung aller Bodenbeläge. Jetzt Touch-and-Release-Taste aktivieren und der superkompakte Bodenstaubsauger wird zum praktischen Handstaubsauger. Mit fünf Meter langen Kabel saugen Sie schmutz gnadenlos aus jeder Ritze heraus. Ideal für eine schnelle, flexible und sichere Reinigung. Ein Handgriff genügt und Sie saugen wieder den Boden fasertief rein. Viele Staubsauger horten in sich wochenlang Schmutz und Bakterien. Dadurch wird die Saugleistung massiv reduziert und die Bakterien kehren wieder in die Luft zurück. Powerwerk Zyklon schließt groben Schmutz in die Auffangkammer ein, während der HEPA-Filter, Feinstaub und Bakterien fast zu 100% festhält. Die Luft bleibt dadurch rein und Sie sparen das Geld teurer Staubsäcke. Die Entsorgung ist einfach. Schmutz kann man ausleeren. Fertig. Der Zyklon-starke Powerwerk Zyklon 2 in 1 gehört Ihnen komplett um nur 59,90 Euro. Wenn Sie jetzt gleich anrufen und sofort bestellen, bekommen Sie einen zweiten Powerwerk Zyklon. Gratis dazu. Als Geschenk für Familie und Bekannte. Powerwerk Zyklon. Einen zahlen. Ein zweiter gratis. Geballte Zyklon-Bauer, die fast alles aufsaugt. Sehen Sie nur, das ist Zyklon-Kraft. Also rufen Sie gleich an und bestellen Sie jetzt Ihren Powerwerk Zyklon. Komplett um nur sensationelle 59,90 Euro. Fragen Sie auch nach dem Lint-Remover, der superschnelle Fussel-Entferner im praktischen Taschenformat. Wenn Sie jetzt gleich anrufen und sofort bestellen, bekommen Sie einen zweiten Powerwerk Zyklon. Gratis dazu. Als Geschenk für Familie und Bekannte. Und gönnen auch Sie sich zyklonisch reine Sauberkeit mit Powerwerk Zyklon jetzt anrufen und gleich bestellen.